Hartz 4, Abendbrot, Rinn in die Tunke, so schön eingematscht von beiden Seiten, ob das wirklich funktioniert? Einfach mal abwarten. So Freunde, und wie ihr sehen könnt, so sauber war die nicht mal, wo sie neu war. Also es ist nicht alles schlecht, was im Internet gezeigt wird. Die kann ich doch jetzt als neuwertig verkaufen. Bei Ebay. Na ja, ja, was soll ich dazu sagen, dass hier oben scheint mir schönes, könnte Eiche sein?